So, ich habe jetzt meinen ersten Stopp in Parkesville gemacht und fahre jetzt weiter zu Port Alberti und habe einen ganz netten Fahrer, den Mike. Und wir sitzen beide ganz alleine im Auto und schnattern ein bisschen. Und wir fahren jetzt quasi durch eine kleine Straße durch die Berge durch. Und in Port Alberti habe ich dann noch anderthalb Stunden Zeit, eine Stunde in etwa. Und warte dann auf den nächsten Bus, der kommt dann von Viktoria und fährt dann weiter nach Tofino. Und ich wollte euch jetzt mal ein bisschen so den Eindruck der Berge zeigen. Das ist übrigens der, mal vergesse ich den Namen, der Aerosmith. Der Aerosmith. Der Aerosmith.